Wir entsorgen Ihre Speisereste. Alexander Bethke, Speiseresteverwertung. Führen Sie einen gastronomischen Betrieb im Großraumbad Dürrheim und wissen nach Dienstschluss manchmal nicht, was Sie mit den anfallenden Speiseresten machen sollen? Dann präsentieren wir Ihnen mit unserem Bauernhof die passende Lösung. Wir nehmen Ihnen die Speiseresteentsorgung komplett ab, sodass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Sie sparen sich somit nicht nur das Sortieren des Abfalls, sondern auch die Kosten für dessen Abfuhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in Zukunft auch mit Ihnen vertrauensvoll zusammenarbeiten könnten.